Heute auf Streife unterwegs in LSP, die Schuhe und der Patze-Klop ist auch dabei, er hat jetzt auch GTA und ja, wir haben gerade schon ein bisschen Streit gehabt, weil er möchte mit uns jetzt die ganze Nacht Missur machen, gefühl, mit dem nur 45 Millionen haben für das neue Update. Morgen wird ein Leibchen bei Yannick kommen, aber man braucht nicht immer alle Autos. Die Autos laufen nicht weg. Und wir haben gerade einen Einsatz bekommen, ein 18-Jähriger ist gerade mit Abonnenten. Ja, ihr sagt euch, das ist doch illegal. Weil das ist halt so, man darf möglichst erst ab 19 da rein. Ein Ding. Man muss doch einen Monat warten. Ja. Einen Monat, nachdem man 18 ist und er ist gerade seit dem Tag 18. Oh scheiße, die Reifen sind gepanschert. Er flüchtet, Verfolgung aufnimmt. Ich bin nicht im Dienst. Ich nehm die Verfolgung auf. Ich kann ältsen, siebener BNB. Oh scheiße. HENO! Ich hab ihn umgefahren. Ich geh zur Dienststelle. HENO! HENO! Yannick, genießt dein Feierabend. Ihr dürft jetzt nichts machen. Wir dürfen was machen. Wir dürfen schießen. Wenn Polizisten angeschossen werden, dürfen sie sich auch nicht werden. Die dürfen sich werden. Die haben ein Recht. Wenn sie angegriffen werden, haben sie sofort ein Recht, raufzuschießen. Ich bin bei der Dienststelle. Oder Yannick? Haben die kein Recht? Sollen die sich tot schießen lassen? Yannick? Ja komm, wenn man ganz schön. Yannick, was machst du gerade? Sollen die, äh, oder Yannick, Yannick? Yannick, Yannick, Yannick. Yannick, 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 Yannick. Yannick, Yannick? Yannick? Yannick, 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 Y Mh. Nein, nein, nein. Du musst gleich los, weil ich möchte ihn jetzt gerne töten. Willst du dabei sein oder nicht? Mh. Also kann ich losfahren. Mh. Oh scheiße. Er macht ja schon wieder Kanaden. LSD Mertur. Also die Spezialeinheit plus. SEK. Scheiße. Unterbeschuss. Unterbeschuss mit Alien Garn. Die neuen Waffen. Die neuen Waffen. Unterbeschuss. 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 Wir haben ja schon unsere Tricks. Wir werden ihn jetzt umzingeln. Aber guck mal bitte. Bitte guck mal. Lass mich bitte auch als Schuss sein. Nein. Nein. Und Leute, lasst ein Like und ein Abo da. Und ich konnte nur so ein paar Kräuter mit Oliver ein. Und übrigens, ich habe keinen Verlauben. Ne, ja. Und schließlich. Ein Lambo. Ne, komm mal nicht. Putz. Leute, wir werden mal diesen P белter verfolgen. Was er macht, weil er erst gerade aus und frisch aus dem Knopf gekostet. Nicht aus der Drogendeal geht. das auto müssen wir mal wieder reparieren hat die knöpfe verfolgen mich wohl okay okay wir verfolgen wir verfolgen dich wohl okay nein du musst dich an den straßenringen halten willst du dort quasi du fährst über roh dass du schon bewusst wir müssen wir an den straßenregeln halten ich glaube ich bin doch nicht nur was du machst wir fahren weiter er wird die hände hoch einmal bitte einmal die hände hoch du entfühlst mich jetzt wohl nein nicht töten du sagst wohl hände hoch ja ok 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 ich steig in den wagen ich habe liebten teil ich finde den wagen ich will sich beschimpfen was los ich will sich beschimpfen was los Janik Funk an Janik ich werde gerade entführt von den Typen den wir ein paar mal umgehauen haben los ja los links da hat der klopft mich weiter die jungen und werden sagt sie muss ich muss auf die ein wir haben es die die ich muss kurz auf Klo kann ich kurz ja die die Erinnerung ist wir können nicht so er solltet so gehen oder gar nicht die Frage stellen ob die Tür öffnen die Tür auf Bruder die Lächsten Lager auf Klo gehen ja okay ich nehme die hände hoch ich würde wohl trinken in gesicht und bemerkst du dich das macht keinen bock schau leute ich verändere auch den live stream ja die waffe schiebt von automatisch ne ich dachte eben weil man immer noch wohl leben haus und ich bin angeschossen habe dachte ich eben das sind nur ich werde wohl trinken ab an der dritte und die freundlichkehrein anwesert wenn sie auf ein wandschuss durch die bekommst du kommst du kommst du kommst du kommst kommst du rüber das machte ich schnell schütteln kann es auch nicht schießen weil du nix siehst älterlich hinbekommen müssen lassen Auer 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 ich rette mich wohl indem ich hochlaufe und du kommst nicht so schnell daher weil du wachst bei der Zauberin der Fresse einmal Hau zack Bamm jetzt bist du wohl zack komm her äh du bleibst wohl stehen weil du aus der Puste bist ok kurz weil ich muss mich nein nein mehr Bärchen noch äh nein äh nein könnte ich dich mit einem Schlag killen ja äh du kommst wohl nicht so schnell hinterher äh gleich kommst du wohl die Treppen hoch jetzt kommst du wohl die Treppen hoch und ich hau jetzt habe ich andere Uniform und jetzt kann ich mich besser konzentrieren du kommst jetzt rum äh jetzt kann ich wohl kämpfen richtig weil ich richtige äh weil ich andere Uniform äh nimm da du hast wohl die Waffen unten vergessen im Auto wo ist denn wo ist denn wo ist denn oh scheiße oh Leute woher ja 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 ich habe meinen Tränengas ich bin ich bin es ist du du äh ich bin v wo sind ich ich bin ein Schimmer nein du hast du deine Waffen Auto vergessen nein die sind auch der hat die nicht denn nicht gehen ich habe ihre Waffe aus der Hand haben ich nur kann ich mal nur ja 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 du kannst wohl nicht durch Wasser laufen weil du Angst hast verweilen ich bin an der Erkennung Sattel ganz schnell hier ich gehe hier auf dem Weg er ist glaube ich wohl auf der Autobahn m m es ist wenn sie stehen e e e schnapp auf der Autobahn e e schnell weg einfach schnell weg m in 1 Leute ich probiere mit ein Bein zu laufen e geben sie mir das Auto das ist ein wichtiger Notfall ich wurde angefangen ich muss schnell ins Krankenhaus oh sie kriegen das Auto wieder oh hat ich habe ich habe ich habe ich habe gemacht dass du dich nicht irgendwie okay oder ich 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 verblute ich ich verblute warte ich hab dich jetzt geschwächt weil wir haben eine waffe wo ich dich eben nicht von richtig weit treffen kann und die hat sich jetzt geschwächt jetzt ist geschwächt mit ich bin auf der brücke und du ich bin ich bin ja gekriegt ich mein mann hier hey du bist verschwunden habt was gemacht Das war's für heute. Warte, wo bist du denn jetzt gefällig? Oh ja! 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 Komm schon mal zu mir, bitte! Komm bitte zu mir! Es stecken Schwierigkeiten! Ey, du kannst mich gleich weiter einführen, bitte komm schnell zu mir! Ich lass mich da noch ergeben! Haha! Das ist gut! Hallo? Was ist das? Help me! Help! I don't freaking believe this! Help me! Help! No way! Help me! Help me! Drop it! Piece of garbage! I'm gonna hit you! I'm gonna hit you! I'm gonna hit you! Take cover! Your mother should've flopped! An officer's been hit! Help me! Reloaded! Ah! Oh! Go ahead! Get an ambulance! Stand down! Let's grab some cover! Partikknopf! Okay, die Aufnahme wird beendet. Ciao, Leute! Ich muss nämlich aufs Klo und dann kommt Fortnite dran! Okay. Okay. Okay.